Hallo liebe Eltern, wir befinden uns hier im MMC in Schkeudetz. Die neue Order-Runde für die Herbst-Winter-Kollektion geht los. Und die Frau Nowak hat heute die schwere Aufgabe, nicht nur heute, sondern auch morgen, aus den vielfältigen neuen Modellen eine kleine Kollektion für das Schuh wie du zusammenzustellen. Das ist immer eine furchtbar aufregende Sache, weil wer wie ich mit Kinderschuhen und schönen Kinderschuhen zu tun hat, dem fällt da schon die Wahl immer relativ schwer. Und um euch das einfach mal einen kleinen Einblick zu zeigen, würde ich sagen, kommt doch dann einfach mit. Schöne Modelle für den Herbst. Die Mädchen, diesmal nicht rosa, diesmal nicht lila, dunkelblau und eine Glitzerkatze. Wer kann da schon Nein sagen? So, die Sommerfraktion kommt auch nicht so kurz. Einmal Schildkröten, einmal Fische. Und was ich ganz toll finde, auch zum Beispiel mal die Monster für die Mädels. So, Orderrunde der nächste Teil. Jetzt hier bei Brüting, Liko, unserer Sportschuhlieferant. Und auch da denke ich mal, bei der Vielfalt, da wird sich doch garantiert was finden. Hier haben wir wieder mal was ganz Neues. Ein wunderbarer Hallenschuh mit einer total neuen Sohle. Und auch hier kann ich nur wieder sagen, lasst euch überraschen. Hallo liebe Eltern, mal ein kurzer Einblick an unsere, oder für unsere neue Order, für das neue Jahr, für die kommende Herbst-Wintersaison. Wir sind hier im Showroom von Herrn Lukic von Frodo. Und wie ihr seht, eine tolle Farbpalette. Also man hat ja soweit immer alles, was man, was das Herz und was das Auge so bietet. An Farben ist hier vertreten. Und jetzt muss die liebe Frau Nowak leider eine Entscheidung treffen. Welche von diesen wunderbaren Modellen werden denn jetzt genommen? Und das zeigen wir euch dann später. Der nächste Termin steht an. Jetzt sind wir hier bei Däumling. Und auch wieder hier ist es wieder. Liebe Frau Nowak, bitte entscheiden Sie sich jetzt. Und wir suchen wieder die schönsten Modelle für euch raus. Lasst euch überraschen. Und wir suchen wieder die schönsten Modelle für euch raus. Und wir suchen wieder die schönsten Modelle für euch raus. Das Werk ist getan. Ich habe tolle Schuhe für euch. Und ich muss sagen, mega. Farbe, Funktion, es gibt alles. Und deswegen, es kann nur noch besser werden. Ich freue mich auf euch.